Ich bin einfach doof, weil ich scheiße bin. Es hat keinen Sinn. Ich bin einfach doof. Ich habe alles nach Bonn rein mit dem Volleyball und habe gefragt, wer hat Bock? Komische Blicke, keine Ahnung. Irgendwie funktioniert Animationen hier zu Hause nicht so, wie im Urlaubszielgebiet. Ne, ich habe alles Mögliche gemacht. Also, fangen wir mal vorne an. Ich habe gebadet, die Garage ausgemistet, mein Zimmer aufgeräumt, meine Koffer ausgepackt. Mir die Terrasse, gewischt, mir Film reingezogen, Fernsehen geguckt, schlafen nicht zu vergessen, gegessen, 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 viel zu viel gepokert, viel zu viel gepokert auf jeden Fall. Ich bin Freude getroffen, haben zu gepunken, gechillt. Genau. So, und jetzt für alle, die Ahnung haben, keine Ahnung. Wie ihr wisst, bin ich nicht nur Entertainer bei der World of Tui, nein. Ich widme mich, meinen Körper und meine Stimme auch der audiovisuellen Unterhaltungskunst. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich ein neues Mikro bekommen. Muss ich mich natürlich jetzt ein bisschen technisch aufrüsten, einen neuen Mikroständer und allem Zubehör drum und dran. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist eine Mikrofonspinne, die absorbiert die Vibration des Stenders, also des Mikrofonstenders und des Mikrofons selbst bei einer Aufnahme, denn die haben ja eine Schwingung. Jetzt dachte ich mir, ey, ich bin mal voll klug, ich hole mir so ein Hightech-Super-Ding. Hab mir das direkt mal in die Cash mitgenommen. Was ich habe natürlich bezahlt. Kommt so aus an und sehe, mein Mikrofon ist viel zu fack dafür. Klasse. So. Also wer zufällig zu Hause ein Mikrofon mit dem Durchmesser bis zu 55mm hat, der kann das hier für eine sexuelle Gegenleistung bei mir erwerben. So, jetzt muss ich mir natürlich so ein neues Ding bestellen. Egal. Darauf geschissen. Machen wir schon. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich mir überlegt, weil ich absolut keine Ahnung habe, was man hier zu Hause machen kann. Eine tolle Beschäftigung oder sonst was. Gibt es diesmal ein, 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 super, duper, Special in der Folge. Und zwar, das wird ja bei Facebook gepostet und da kann man ja so Comments machen, ne? Klasse. Wisst ihr, ne? Einfach drunten, wo Kommentar steht, draufklicken, dann ist dann dieser Cursor und dann könnt ihr schreiben. Und wenn der dann auch teilen geht, dann steht das da drunter. So, deswegen schreibt mal einfach ein paar Sachen auf, was ich hier in der Langeweile noch eventuell zwei Monate lang machen kann. Weil ich sitze hier rum und denke mir, okay, schreibt mal einfach die verrücktesten Dinge da unten rein und ich werde wahrscheinlich, ich sag mal, ich versuche drei der verrücktesten Dinge, die da stehen, durchzuführen, egal wie verrückt die sind, versuchen die zu filmen und beim nächsten Tagebuch, falls hier nichts anderes passieren sollte, werde ich das dann durchführen. Also bis dahin, tschau, 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 tschau. Ich hab euch alle lieb, ihr mich auch, dankeschön. Und, äh, Robi ist der Beste, aber sagt keinem tsch. Ich bin einfach doof, weil ich scheiße bin, es hat keinen Sinn, ich bin einfach doof. so, dann bist du gut, lieberライ altogether. Also bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin.